Reinhard Grindl hat sich mit hohem persönlichem Engagement für den Deutschen Fußballbund eingebracht und nicht nur in der Bewerbung um die Euro 2024 viel für den Verband getan. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und haben großen Respekt vor seiner Entscheidung, vom Amt des DFB-Präsidenten zurückzutreten. Unser Ziel ist es jetzt, einen gemeinsamen Kandidaten von DFB und DFL außerhalb des Präsidiums zu finden, der die Anliegen des Amateurfußballs ebenso im Blick hat wie den Spitzenfußball. Gleichzeitig wird es Reinhard Raubal und mir in der vor uns liegenden Interimszeit bis September 2019 darum gehen, in engen Zusammenwirken von DFB und DFL die strukturellen Rahmenbedingungen des Verbandes so weiterzuentwickeln, dass der Deutsche Fußballbund im guten Miteinander von Profi und Amateurfußball für die Zukunft stabil und geschlossen aufgestellt wird.